Die Nachricht, dass der Bürgermeister von Riace, Mimo Lucano, plötzlich unter Hausarrest gestellt worden ist, hat mich sehr empört und viele bei uns. Es ist in meiner Sicht unerträglich, dass jemand, der sich für die Werte Europas, für die Menschenrechte, für die Bürgerrechte einsetzt, mit viel Mut, mit viel Engagement, und der auch damit Europa einen Dienst tut und auch Italien, weil er ein positives Bild von Italien zeichnet, dass der einfach unter Hausarrest gestellt wird. Auch, dass er als Bürgermeister nicht respektiert wird, gibt mir sehr zu denken. Natürlich wissen wir, dass der italienische Innenminister vor solchen Dingen nicht zurücksteigt, genauso wie er die Seenotrettung unterbindet, nur zu unterbinden versucht hat, schon längere Zeit. Aber ich möchte doch ganz ausdrücklich und mit mir viele andere protestieren dagegen. Damit wird Europa, aber damit werden auch die einzelnen demokratischen Staaten kaputt gemacht. Also wir hoffen, dass Lucano ganz schnell wieder frei sich bewegen kann und seine Arbeit versehen kann.